Hallo liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Heute mache ich die Liebeslegung für alle Sternzeichen von Wider bis Fische für den 27. bis 28. April. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen. Die Rollen können vertauscht sein. Das heisst, wenn ich hier sage, Krebs, du tust dies, dein Gegenüber tut jenes, das kann vertauscht sein. Die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Mann, Frau spielt keine Rolle. Frau, Frau, Mann, 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 Frau, Mann, Frau, Frau, Mann, egal. Und Zeit ist flüssig, gewisse Dinge sind schon passiert. Gewisse Dinge werden erst ab dem 28. passieren. Und es handelt sich hierbei um Kollektiv-Lego. Und ich lege für tausende Menschen, da kann ich nicht die Energie von jedem Einzelnen hier auf dem Tisch haben. Okay? Den Link zu den häufigsten Fragen findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Das heisst, gerade am Handy muss man ganz, ganz, ganz weit nach unten scrollen. Dann kommt man zum Kommentarbereich. Dort im ersten Kommentar habe ich immer alle Infos drin. Dort ist der Link zu den häufigsten Fragen. Ich werde immer noch nach Dingen gefragt, die dort stehen. Immer noch. Die dort beantwortet werden. Alle Fragen, die ich bisher gestellt bekommen habe, werden dort unter diesem Link beantwortet. Der Link zu den Jahreslegungen ist da. Der Link zu den Monatslegungen ist da. Und der Link zu den Wochenlegungen. Den packe ich da auch mit rein. Und außerdem natürlich die Zeitstempel für die einzelnen Sternzeichen. Damit man hier nicht das ganze Video anschauen muss, bis man drankommt. Einfach unten in der Infobox oder im obersten Kommentar nachschauen. Okay? Dort schreibe ich die Minuten auf von jedem Sternzeichen. Heute starte ich mit Waage. Schauen wir mal. Waage, Waage, Waage. Waage. Liebesleben von Waage vom 27. bis 28. April. Waage, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Profils. Also, was geht in deinem Herzensmann, deiner Herzensdame vor? Königin der Kelche ist mir direkt im Kopf aufgeploppt. Hier habe ich noch Sechster Kelche. Mir ist jetzt auch direkt Königin der Kelche in den Sinn gekommen. Der Hierophant, neun der Münzen, achter Schwerter hier und Rat des Schicksals. Dieser Mensch ist momentan in einer Lebenssituation, wo sie gar keine Schritte machen könnten. Wenn du dich mitten in einem Umzug befindest, wenn du dich mitten in einer Bewerbungsphase befindest, woher willst du wissen, wo in welcher Stadt deine Zukunft sich abspielen wird? Oder woher weisst du, stellt euch vor, in der Bewerbungsphase, während ihr euch für einen Job bewirbt, lernt ihr da jemanden kennen und dieser jemand lernt dich als jemanden kennen, die sehr viel Zeit hat, sehr viel. Und dann hat man den Job und der Job, der ist dann zeitintensiv. Wie erklärt man es jetzt diesem Menschen, oder? Und deswegen ist man in Zeiten des Übergangs oftmals nicht in der Lage, sich dabei irgendwas irgendwie zu verpflichten. Man muss einfach schauen, dass man frei ist, erst mal die neuen Schienen gelegt sind, der Lebensstil mal klar ist und dann erst kann man da jemanden entweder mit jemandem die Leben zusammenfügen oder jemandem zum Leben hinzufügen etc. Dieser Mensch befindet sich genau an diesem Punkt. Sein, ihr Leben dreht sich momentan um 180 Grad, zu seinen, ihren Gunsten. Es ist was Gutes, dass ihr rauskommt. Und hier haben wir jetzt das Problem. Dieser Mensch vermisst dich einerseits. Die wollen hier mit dir zusammen Zeit verbringen, auf dich zukommen, die Verbindung zwischen euch beiden stärken. Aber andererseits muss dieser Mensch aber auch jetzt unabhängig bleiben. Und hier habe ich der Hierophant. Das ist dieses Bewusstsein dafür, dass dieser Mensch momentan möglichst darauf achten muss, dass er sie frei ist. Warum? Weil er sie keine Ahnung hat, wie seine, ihre nächste Zukunft aussehen wird. Okay? Ritter der Kelche, der Magier. Page der Kelche, der Wagen. Page, du bist auch dabei, dir eine neue Realität zu kreieren. Also da ist grundsätzlich, ist da sehr viel Liebe zwischen euch. Ritter der Kelche als generelle Energie. Ihr zwei, ihr liebt euch. Gar keine Frage. Da ist Liebe zwischen euch beiden. Nur die Sache ist die, dein Gegenüber hält dich bei Laune. Verpflichten können sie sich nicht, wegen den vorher genannten Gründen. Und du, Waage, du bist hier etwas ganz Neues am Manifestieren. Du hast hier der Nah, die Nahkarte hast du hinter dir. Du bist da gesprungen, du hast alles zurückgelassen und bist jetzt dabei, dir hier eine neue Realität zu kreieren. Du bist da ganz woanders mit dem Kopf. Und schlussendlich bewegt ihr euch beide auseinander. Ihr bewegt euch schlussendlich beide auseinander. Das ist die Energie von ein paar Tagen. Schaut ihr auch die Monats- und Wochenlegung natürlich an. Aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass dieser Mensch einfach so loslassen wird. Da ist sehr viel Liebe. Da ist sehr viel Liebe. Vor allem von seiner, ihrer Seite. Mehr als von deiner Seite, Waage. Mehr als von deiner Seite. Okay? Skorpion. Liebesleben von Skorpion vom 27. bis 28. April. Skorpion vom 27. bis 28. April. Skorpion, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Kanals. Deine Wochenlegung kommt heute raus. Ich habe gestern viel zu viel gegessen. Unter der Woche ernähre ich mich gesund. Aber am Wochenende habe ich Cheat Days und ich hätte nicht Pizza essen dürfen gestern. Erstens habe ich Pizza gegessen. Zweitens hatte ich zu Hause sehr viel Körperliches zu tun. Wendestreichen etc. etc. Und da war ich K.O. Nach acht Sternzeichen war ich total K.O. Heute kommt es raus. Heute kommt eine Wochenlegung heraus. Für 27. April bis 3. Mai. So, schauen wir mal. Skorpion, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Sechster Schwerter, Königin der Münzen, Ritter der Münzen, drei der Kelche hier und der Hierophant. Fünfter Schwerter hier. Okay. Ich sage dir jetzt, warum ich lachen muss, Skorpion. Dieser Mensch hat das Gefühl, dass sie dich wegen einer Dreierkonstellation verloren haben. Dieser Mensch war vorher in einer Dreierkonstellation. Sprich, hat dich zu einem Teil davon gemacht. Dreierkonstellation. Dann kam sie zu einem höheren Bewusstsein, dass dieses dieses Verstehen, dass Dreierkonstellationen nichts bringen. Und hier diese Ups, drei Schwerter hier. Mit zwei Schwertern geht dieser Mensch vorwärts, muss nun eine Entscheidung fällen. Hat hier das Gefühl, dass er sie beide verloren hat. Diese andere Partei, wer auch immer das ist, was auch immer das ist und dich. Und nun regt sich dieser Mensch auf. Dieser Mensch regt sich darüber auf, dass du dich von ihnen abgewendet hast. Fünfter Schwerter, Sechster Schwerter. Die regen sich darüber auf, dass du dich von ihr, ihm abgewendet hast. Obwohl du dich gar nie bewegt hast. Versteht ihr, was ich hier meine? Skorpion, du musstest dich gar nie erst von diesem Menschen entfernen. Dieser Mensch hat dafür gesorgt, dass eine Entfernung zwischen euch beiden ist. Das ist so, wie wenn wir jetzt sagen würden, wir sind beide, zum Beispiel sagen wir mal, du und dich. Wir beide sind Tennis-Profis. Wir sind verdammt gut. Wenn wir wollten, könnten wir da antreten, auch mit irgendwelchen Stars, Tennis-Stars. Sagen wir mal, wir zwei, wir sind Tennis-Profis. Und dann höre ich auf, damit zu trainieren und dann bin ich kein Tennis-Profi mehr. Du bist weiterhin ein Tennis-Profi. Und ich werde dann irgendwann zu einem Laien und dann mag ich mich nicht mehr so bewegen. Und mein Arm tut weh, immer habe ich ein Tennis-Arm. Und irgendwann treffe ich die Bälle nicht mehr. Und dann rege ich mich darüber auf, dass du jetzt so weit von mir entfernt bist. Und du sagst, hey, ich bin immer noch da, wo ich bin. Und du hast dafür gesorgt, dass hier so ein Abstand zwischen uns beiden ist. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Dieser Mensch regt sich darüber auf, dass du immer noch dort bist, wo du bist. Und sie sich eigentlich selbst davon so, ich sollte es lieber so zeigen, runter, degradiert haben. Okay. Der Teufel. König in der Stäbe. Neun der Kelche. Zwei der Kelche. Ihr schritt. Ihr werdet hier wieder Frieden schließen. Hier der Teufel. Eine unüberwindbare Verbindung. Hier Skopje und du findest diesen Menschen mega sexy. Ich habe hier Stab und der Teufel. Eine Verbindung, die nicht abgehakt werden kann. Du stellst für diesen Menschen die Wunscherfüllung dar. Dieser Mensch stellt für dich die Erfüllung von sonst was dar. Und ihr werdet hier wieder zueinander finden in nächster Zeit. Okay. Sehr viel Potenzial für eine sehr freundliche Liebe Nachricht. Ich meine schlussendlich in Bezug auf die Liebe seid ihr immer noch auf Augenhöhe. Was passiert ist, ist passiert, sagst du hier. Dumm gelaufen. Wir können auch abseits vom Tennisplatz, Tennisfeld, können wir doch was trinken gehen. Nur die Liebe zählt. Hauptsache wir verstehen uns. Okay. Schauen wir mal. Schütze. Liebesleben von Schütze vom 27. bis 28. April. Liebesleben von Schütze vom 27. bis 28. April. Schütze, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und übers Teilen meines Kanals. Schauen wir mal. Schütze. Was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Der Mond. Der Wagen. Der Eremit. Drei der Schwerter. Autsch. Aster Schwerter. Okay. Acht der Schwerter. Okay. Dieser Mensch wusste vorher nicht so recht weiter. Wir haben hier acht der Schwerter. Diesem Menschen hat eine Information gefehlt. Die mussten hier etwas erfahren. Was sie hier erfahren haben, ist drei der Schwerter. Diese Aster Schwerter plus Aster Schwerter ergibt neun der Schwerter. Dieses dunkle Bild, wo man von Schwertern durchbohrt wird. Hier haben wir drei der Schwerter, dreifache Energie. Dieser Mensch fühlt sich betrogen. Okay. Und gleichzeitig acht plus drei gibt elf. Die Karten gehen bis zehn. Dann haben wir hier noch den Ass. Zehn. Elf. Die wollen die ganze Sache zurücklassen. Überleg dir gut, wer das sein könnte, Schütze. Es ist spezifisch gerade. Wenn es passt, passt es. Und falls nicht, dann nicht. Dieser Mensch. Ich habe hier Krebs, Krebs, Jungfrau. Fische habe ich hier auch. Dieser Mensch möchte sich unbedingt jetzt fortbewegen von dir. Und mal Gedanken machen über sein, ihr ganzes Leben. Also was auch immer dieser Mensch hier erfährt über den Betrug, lässt diesen Menschen seine, ihre Lebensentscheidungen hinterfragen. Und hier haben wir die neunte Karte. Die wird immer begleitet von irgendwelchen neuner Karten. Und hier in diesem Fall neun der Schwerter. Page der Kelche haben wir hier. Acht der Münzen. Mäßigkeit. Drei der Kelche. Hier ist deine Karte, Schütze. Es ist in der Position deines Herzensmannes, deiner Herzensdame. Du, Schütze, scheinst hier nicht wirklich informiert darüber zu sein, was hier los ist. Dein Herzensmann, deine Herzensdame behält es für sich, dass sie da etwas mitbekommen haben. Das geht jetzt an alle Schützen, die sagen, ja, da ist deine Dreierkonstellation. Dein Herzensmann, deine Herzensdame hat es erfahren und zeigt sich dir gegenüber freundlich. Und wartet hier etwas ab. Die warten hier etwas ab. Die wollen hier geduldig sein. Dieser Mensch möchte den richtigen Moment abwarten. Den richtigen Moment, um dir den Rücken zuzukehren. Wir haben hier die Heiß- und Kaltkarte. Hier haben wir heißes Wasser. Hier haben wir kaltes Wasser. Dieser Mensch möchte nicht aus Wut heraus irgendwelche Fehler machen, worunter sie dann später leiden könnten. Und die Dreierkonstellation geht schön weiter. Währenddessen ist dein Gegenüber ruhig. Und versucht vernünftig zu sein. Und ihr bleibt beide freundlich zueinander bis dahin. Eine komische Situation hier. Schaut ihr auch Wochen- und Monatslegungen an. Und wie am Anfang schon gesagt, das sind Kollektivlegungen. Ich schaue hier für tausende Menschen. Ich kann nicht, wenn du jetzt sagst, das bin ich dich, ich kann nicht deine Energie auch mit aufnehmen mit dem Kollektiv. Das ist dann einfach so. Man muss sowieso auch Mond, Venus und Aszendentzeichen anschauen. Also, Steinbock. Steinbocks Liebesleben vom 27. bis 28. April. Steinbock, Steinbock, Steinbock. Vom 27. bis 28. April. Steinbock, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch übers Teilen meines Profils. Schauen wir mal. Was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Acht der Kelche. Page der Stäbe. Neun der Kelche. Die Liebenden und so. Zwei der Kelche. Gerechtigkeit haben wir hier. Zwei der Stäbe. Oh, was für eine Love Story. Was für eine Love Story. Fünf der Stäbe. Fünf der Münzen. Zehn der Stäbe. Also, erstens. Dieser Mensch empfindet es als große Last, dass sie sich so verlassen fühlen. Also, das ist ja jetzt das Witzige an diesem Satz. Man fühlt sich davon belastet, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise fühlt. Leute, manchmal muss man sich einfach sagen, das ist nur ein Gefühl. Ja, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja, schaut mal, ich kann ja jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich hier irgendwas holen. Hier, meine Ölfläschchen. Was passiert ist, ist, dass Steinbock hierher gegangen ist. Und dann kann man einfach sagen, gut, Steinbock ist jetzt hier. Und wenn sich hier, dieses Fläschchen fühlt sich gerade nicht verlassen. Hat keine Belastung, nichts. Aber Steinbock ist jetzt da. Und ob sich jetzt dieses Fläschchen verlassen fühlt oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass Steinbock jetzt da ist. Und irgendwann vielleicht wieder da sein wird. Oder sagt, weißt du was, ich gehe dahin. Sich verlassen fühlen hier, hoppala, ändert gar nichts daran. Ob jetzt Steinbock da bleibt, hier hingeht oder wieder zurückkommt. Manchmal sind Gefühle einfach nur Gefühle. Okay? Das Gefühl vom Verlassensein fühlt sich enorm schwer an hier. Ah, die Lost Story geht weiter. Haben wir je wieder eine Chance auf eine zweite Chance? Haben wir je wieder eine Chance auf eine zweite Chance? Ja, es sind Doppelsätze, die dieser Mensch hier in sich trägt. Ich liebe Steinbock. Aber stellt die Beziehung zu Steinbock die Liebe für mich dar? Seht ihr, auf zwei Schienen wird hier überlegt. Dieser Mensch liebt dich, aber es geht hier auch um eine Entscheidung. Die Liebendenkarte steht immer auch für Entscheidungen. Ist die Liebe zu Steinbock eine Art von Liebe, für die ich mich entscheiden würde, sagt dieser Mensch. Und hier haben wir 8. der Kelche, Page der Stäbe, 9. der Kelche. Ist Steinbock mein 10. der Kelche oder nicht? Ist Steinbock meine Wunscherfüllung oder nicht? Und hier das Studium. Viel am Nachdenken. Oh, so mehrfach geschichtet denkt dieser Mensch nach. Mehrfach geschichtet. Und hier ist halt diese 2. der Kelche, die hier war, gell? Oder diese Frage von, ist die Liebe, die ich zu Steinbock empfinde, die Liebe, die ich haben möchte? Ja oder nein? Mit all dem, was drum und dran ist. Oder gehe ich etwas Neuem nach? Oder nehme ich ein Ast der Kelche, das von Steinbock kommen könnte, entgegen? 3. der Schwerter. Rat des Schicksals. 8. der Münzen. Mäßigkeit. Steinbock, du befindest dich an einem Punkt in deinem Leben, wo du gar nicht irgendwelche beständigen Schritte in Richtung dieses Menschen machen könntest. Klar, in deinem Leben hast du beständige Schritte. Das ist typisch Steinbock. Aber in anderen Bereichen in deinem Leben, da verändert sich momentan sehr vieles in deinem Leben und zwar zu deinen Gunsten. Und du musst hier abwarten, du kannst gar nichts anderes. Dein Herzensmensch, deine Herzensdame, dein Herzensmann wird hier in nächster Zeit zurückhaltend sein. Die werden hier in sich selbst Gespräche von Herz zu Herz führen. Kelch zu Kelch. Ach, der Kelche hier. Zwei Kelche hier. Soll ich, soll ich nicht? Was soll ich tun? Heiß und kalt haben wir hier. Gleichzeitig haben sie hier sehr viele Projekte, an denen sie arbeiten. Das lenkt sie auch ein bisschen ab von diesem Thema hier, von diesem Achter Kelche, Achter Münzen hier. Grundsätzlich sehr zurückhaltend. Und beide, 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 beide haben ihr Herzschmerz und haben Angst, dass der andere, die andere, schon jemand anderen hat. Oder eine andere. Dreiter Schwerter ist immer ein Zeichen von schlechter Kommunikation. Weil die Schwerter, das sind Gedanken, die das Herz durchbohren. Nicht etwas, das man wirklich gesehen hat, erfahren hat oder sonst was. Also meistens nicht. Nicht, wenn es so ganz alleine steht. Dann ist das einfach nur schlechte Kommunikation. Okay? Also, hoppala, Turmsturz. Der gilt für dich, Steinbock. Der gilt für dich. Da gibt es einen Umbruch zwischen dir und deinem Herzensmenschen. Ob der gut wird oder nicht, das ist eure Entscheidung. Das ist eure Entscheidung. Ihr befindet euch aber definitiv in einem Umbruch, ihr zwei. Wassermann. Liebesleben von Wassermann vom 27. bis 28. April, bitte. Wassermann vom 27. bis 28. April, bitte. Wassermann, falls dir mein Stil gefällt. Freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Kanals. Deine Wochenlegung kommt heute Abend raus. Ich war gestern nach 8 Sternzeichen K.O. Ich hatte zu viel gegessen, war auch körperlich sehr müde, weil ich sehr viele Arbeiten zu Hause habe. Ich habe hier überall Farbspritzer. Heute Abend kommt es raus. Okay? Also, schauen wir mal. Wassermann, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Sechs der Stäbe. Vier der Kelche. Fünf der Münzen, sieben der Kelche. Und Ass der Schwerter. Okay, nach einer Zeit der Verwirrung wird dieser Mensch hier die Wahrheit erkennen. Sieben der Kelche, sieben der Münzen. Nix in der Hand sozusagen. Verwirrt, was die Gefühle anbelangt. Und hier die Wahrheit. Dieser Mensch konnte bisher nicht glauben, dass jemand wie er, wie sie von dir verlassen werden könnte. Dieser Mensch realisiert erst jetzt, doch, doch, es ist durchaus gut möglich, dass Wassermann schlicht und ergreifend nicht an mir interessiert war. Leute, das ist nichts Schlimmes, dass nicht jeder an euch interessiert ist. Also, an mir ist auch nicht jeder interessiert. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Vorher konnte es dieser Mensch nicht wahrhaben. Nein, das kann doch nicht sein. Wassermann muss doch etwas in mir sehen, Wassermann, oder? Aber die realisieren jetzt, äh, 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 diese Verwirrung hier endet hier damit, dass man versteht, da war nichts. Ich muss weiter. Okay, schauen wir mal. Ich habe hier drei der Münzen, die Liebenden, zehn der Schwerter, acht der Stäbe. Schau mal. Du Wassermann, du bist eigentlich interessiert an diesem Menschen und du willst auch an dieser Verbindung arbeiten. Sie würden auch gerne an dieser Verbindung hier arbeiten, sieben und drei. Das Problem ist nur, die hacken, die, 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 die schneiden jetzt die Energie hier ab. Sie, äh, beenden dieses Projekt sozusagen, weil sie hier erkennen, Wassermann ist gar nicht an mir interessiert. Und rate mal, Wassermann, wenn man kein Interesse zeigt, hm, dann, äh, empfindet die Gegenseite Desinteresse. Kommt mir nicht mit telepathischem Pipapo, also, nein. Also, auch, auch wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe, ich habe jetzt telepathische, ähm, Fähigkeiten. Sagen wir mal, ich habe irgendwo einen Herzensmann und der schickt mir telepathische Messages. Und sagt in diesen telepathischen Messages, wie sehr er mich liebt, was er alles für mich tun würde und, hm, ganz tolle Dinge höre ich da telepathisch. Es wäre mir sowas von scheißegal, solange er nicht da vor mir steht und das auch tatsächlich umsetzt. Und ich sage dann immer, gerade bei Kunden, die von telepathischen Verbindungen und so reden, sage ich dann immer, hey, schau, was hier auf Erden geschieht. Oder es ist egal, was dieser Mensch dir da telepathisch für Zeichen schickt. Du sagst, ich schicke diesem Menschen Zeichen. Was für Zeichen? Wie, wie machst du es diesem Menschen? Klar, ja, ich denke die ganze Zeit an sie. Und dann komme ich ihnen immer wieder in den Sinn. Nein. Nein, Wassermann. So funktioniert das nicht. Nein. Du fällst hier eine Entscheidung in nächster Zeit, Wassermann. Und dann trittst du hier in Action. Öppala. Du trittst hier in Action und redest mit diesem Menschen. Und teilst ihnen all das, was du energetisch mitgeteilt hast, auch wörtlich mit. Und schaffst hier Transparenz. Okay. Und jetzt könnt ihr hier an dieser Verbindung arbeiten. Fünf, drei, acht. Okay. Das, was auf Erden gilt. Das ist wichtig. Telepathisch etc. So telepathisches Zeugs. Energetisch. Ach, ich spüre, dass er hier immer bei mir ist. Oh mein Gott, Leute. Leute von heute. Fische. Also, auch wenn man spüren würde. Und, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was bringt das ein? Jetzt bleibst du jetzt Leben lang Single, weil du da telepathisch vergeben bist. Oder? Nein. Nur das, was auf Erden passiert, das gilt. Fische. Fische. Liebesleben von Fische vom 27. bis 28. April. Fische vom 27. bis 28. April. Fische, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Profils. Schauen wir mal. Fische. Was geht in deinem Herzensmann, deiner Herzensdame vor? Fünf der Münzen. Die Liebenden. Der Gehängte. Zwei der Stäbe. Und zehn der Kelche. Schaut mal die Aussicht hier. Ist das noch möglich? Ist das noch möglich? Ist das noch möglich? Wird das noch realisiert? Wird da noch was sein? Fische, dieser Mensch möchte gerne eine Entscheidung treffen. Nur sagen sie, wenn mir Fische den Rücken zukehrt, was soll ich da für eine Entscheidung treffen? Was bringt diese Entscheidung, die ich hier treffen soll? Wenn ich mich für Fische entscheide, ja was ist dann? Fische will mich gar nicht mehr. Fische hat mich verlassen. Hier die Entscheidung, die ich treffen soll. Und hier, hier nähe ich darüber nach. Was bringt diese Entscheidung, die ich hier einseitig treffen soll? Ich sehe hier gar nicht mehr die Hoffnung auf das große Glück mit Fische. Fische will mich nicht mehr. Sechs der Schwerter. Ja. Ast der Schwerter. Mäßigkeit. Der Hierophant. Fische überlegt ihr gut, wer das sein könnte. Das scheint nicht jemand zu sein, mit dem du es noch zu tun hast. Mit der du es noch zu tun hast. Also du hast dich eigentlich längst von diesen Menschen abgewendet. Und sie sind dabei, sich abzuwenden. Du hast hier schon, das Abwenden hast du schon vollzogen. Fünfter Münzen, sechster Schwerter. Und du hast hier schon längst eine neue Seite aufgeschlagen in deinem Leben. Das ist eigentlich schon beendet. Dein Herzensmann, deine Herzensdame wird, was heißt hier Herzensdame, Herzensmann. Die Energie, die ich hier sehe, dieser Mensch, den ich hier sehe, dieser Mensch zieht sich nun zurück, versucht hier Vernunft walten zu lassen sozusagen und kommt dann zu einem höheren Bewusstsein. Sprich, raus aus dieser Sackgasse hier. Die sind hier in einer Sackgasse und die kommen hier diesbezüglich nun zu einem höheren Bewusstsein. Was heißt das konkret? Dass man ganz einfach sagt, okay, wenn jemand nicht an mir interessiert ist, dann ist das so. Dann muss ich schauen, dass ich in meinem Leben vorwärts gehe. Ich kann hier nicht ewig hängen bleiben und mir Gedanken über eine Entscheidung machen, die gar nichts bringen würde. Schauen wir mal für wieder. Liebesleben von wieder vom 27. bis 28. April. Wieder, 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 wieder. Wieder, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Profils. Hoppala. Piano, piano, wieder. Und genau in diesem Moment ist dein Motorradfahrer durchgerast hier und das hier schleudert sich regelrecht. Ganz ruhig. Was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor wieder? Zehnterschwerter. Autsch. Autsch und gut. Gut. Etwas ist zu Ende. Etwas ist zu Ende. Eine Phase ist zu Ende. Zehn der Münzen. Sieben der Münzen. Aster Münzen. Neun der Kelche. I like. Okay. Aus Unklarheit heraus weiß jetzt dieser Mensch, ich will wieder haben. Wieder ist mein Zehn der Kelche. Hier ein Angebot. An dich. Von einem Menschen, der hier in einer oberflächlichen Gesellschaft nichts fühlt. Dieser Mensch hat Sicherheit. Dieser Mensch hat Stabilität und alles. Einige sind hier auch gebunden. Sie haben hier familiäre Verantwortungen. Aber so materiell gesehen eine sehr sichere Umgebung. Ein sehr sicheres Umfeld. Nur leider fühlt hier dieser Mensch nichts. Und hat das Gefühl, dass hier etwas fehlt. Da fehlt etwas. Da fehlen drei Münzen. Eine Beziehung, die sie hätten aufbauen sollen und auch Teil dieser Gesellschaft hier machen sollen. Und da poppt natürlich, denkt man direkt an drei der Kelche, drei der Schwerter. Hat jetzt wieder jemand anderen? Habe ich jetzt wieder verpasst? Man hat alles, hat aber das Gefühl, dass man nichts hat. Deswegen will man hier dir ein Angebot machen, um dich auch hier hineinzuholen. Pass auf wieder, dass du da nicht in einer Gesellschaft landest, wo es null Gefühle gibt und es nur um Geld geht. Da musst du aufpassen. Fünfter Schwerter, zweiter Schwerter, siebender Kelche, sechster Stäbe. Ihr seid beide schon über den Punkt hinaus, wo man an den anderen denkt. Es gibt so diesen Punkt da, oder man denkt, 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 denkt. Ah nein, ich müsste so machen, spiegelverkehrt. Man denkt, 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 denkt an einen Menschen. Stellt euch Silver Star in den Europapark. Silver Star. Dann ist man hier oben und dann gibt es diesen Abschwung da. Und danach denkt man gar nicht mehr an diesen Menschen. An diesem Abschwung befindet ihr euch beide. Du bist eine Entscheidung davon entfernt. Das hier ist eine Karte für sechs Stunden oder so, sage ich euch. Die Wirkung hier ist minimal. Ich spüre die Karte fast gar nicht. Das hier, also was haben wir heute Sonntagabend, am Montagmorgen ist die Entscheidung, ist die schon gefallen. Dein Herzensmann, deine Herzensdame jedoch bleibt hier noch sehr lange an diesem Abschwung. Die bleiben hier verwirrt zurück und werden hier dann die Entscheidung fällen, dich wieder zurückzuerobern. Die sind hier überhaupt nicht dazu geneigt, diesen Abschwung da durchzuführen. Die wollen dich wieder haben, wieder hoch mit den Gefühlen. Und die werden hier sich dann überlegen, wie sie dich wieder zurückholen können. Unter anderem mit diesem Angebot hier. Wie sehr du daran interessiert bist, das weißt du selber besser. Aber die wissen jetzt aus der Unklarheit heraus, ich will wieder. Okay? Das Glück, dass sie haben zehn der Münzen, aber die Kelche fehlen diesen Menschen. Das im Herzen, das im Inneren, fehlt diesen Menschen. Achtung, Achtung wieder. Ja. Schauen wir mal weiter für Stier. Stier vom 27. bis 28. April. Stier vom 27. bis 28. April. So, schauen wir mal. Stier, Stier, Stier. Stier, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch aufs Teilen meines Kanals. Deine Wochenlegung kommt heute Abend raus. Ich war gestern Abend K.O. Ich hatte zu viel gegessen. Ich war körperlich total schlapp. Ich habe hier einiges zu tun zu Hause. Ja, heute Abend kommt es raus. Okay, gestern war ich plötzlich total müde und bin direkt schlafen gegangen. Also, Stier, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Danach, drei der Kelche, zwei der Münzen, Königin der Münzen, Ast der Münzen, Königin der Stäbe. Oh, Stier, Frau, oh, Stier, Mann, ich will dich. Ich habe mich für dich entschieden. Ich möchte dir ein Angebot machen. Ich habe hier sehr, sehr lange, war ich hier dazwischen und habe nicht gewusst, für wen ich mich entscheiden möchte. Jetzt aber sind die Würfel gefallen und ich möchte alles zurücklassen und nur noch dich in meiner Zukunft sehen. Das ist, in deinen Legungen ist das immer wieder gekommen, Stier, und ich weiß echt nicht, wie du das findest. Ich weiß nicht, wie das generell irgendjemand finden könnte, dass man, oder, so die Ehre zu haben, dass jemand sich für einen entschieden hat. Also, I don't know, I don't know. Nicht sehr romantisch, gell? Ist nicht sehr romantisch. Der Mond, Rat des Schicksals, Acht der Kelche, Vier der Schwerter. Stier, du hast momentan nicht wirklich Energie oder Zeit oder sonst was, um dir Gedanken zu machen über diesen Menschen, der sich da für dich entscheiden möchte. Und du denkst so schön, dass er sie so triumphalisch sich für mich entscheidet. Ich habe hier zu tun, hier, das ist deine Karte, du kümmerst dich hier um dein Ding. Du bist genau wie ich am Essen und Dinge erledigen. Und ich bin auch, ich bin gerade meine Wohnung komplett am Umändern, Umdekorieren. Und du bist auch in einer solchen Phase und eigentlich ist das gerade nicht so dein Thema. Dein Herzensmann, deine Herzensdame verabschiedet sich hier von einer Situation, um zwei der Kelche herzustellen. Hier aus zwei der Münzen entsteht eine Entscheidung und es entsteht die zwei der Kelche entsteht. Aus diesen dreien wird dann zwei, hier haben wir acht der Kelche, zwei bis zu zehn. Und hier dazwischen haben wir die fünf, dieses Auseinandertreiben zwischen euch beiden. Dieser Mensch wird sich jetzt hier in nächster Zeit Gedanken darüber machen, wie sie auf dich zukommen können, ohne dass ihr wieder auseinandertreibt. Ich habe hier vier der Schwerter, die nächste Karte ist fünfter Schwerter. Also vor allem, wenn jetzt dieser Mensch damit kommt, dass er, sie sich nun für dich entschieden hat. Alleine schon die Vorstellung, dass da jemand mit dir auf der Waage war. Der Mond liegt hier als generelle Energie. Ihr habt, also die Kommunikation ist hier ziemlich beke, A-C-K-T. Und ihr wisst gar nicht so recht, was der andere fühlt, was die andere fühlt. Sehr viel Unklarheit hier. Mein Tipp an euch, mein Tipp an euch, an euch beide, an dich und gegenüber. Versucht doch dann bei diesem Gespräch, das hier ansteht, langfristig zu reden. Ich meine, es gibt Ehen, die 40, 50 Jahre lang glücklich verlaufen und an dessen Anfang sich jemand zwischen zwei Menschen entscheiden musste. Das gibt es. Und wenn man aus Optionen auswählt, fällt man eine Entscheidung, weil man diesen Menschen wirklich will. Zum Beispiel. Oder wenn man nur eine Option hat und sich für diese Option entscheidet, dann entscheidet man sich dafür, weil es nur diese Option gibt. Aber wenn man zwei Optionen hat und entscheidet sich bewusst für jemanden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Mensch auch in Zukunft stets für dich entscheiden wird. Stier, hör. Warum? Weil diese mehrere Optionen, das hatten sie am Anfang schon und aus der haben sie dich ausgewählt. Anders wäre es, wenn sie nur dich als Option hätten und sich für dich entscheiden. Ja, was passiert dann, wenn zwei Jahre später eine andere Option erscheint? Hä? Ich bin hier am Schönreden, weil... Ich bin hier am Schönreden. Aber nein, ich stehe dahinter. Ich stehe hinter dem, was ich gerade gesagt habe. Ich stehe hinter dem. Es kratzt ein bisschen am Ego, aber es ist gut. Und langfristig ist das nicht so schlecht, wenn man aus mehreren Optionen ausgewählt wird. Okay? Es würde niemandem gefallen. Niemandem würde so etwas gefallen, aber es ist eigentlich vernünftig. Zwillinge. Liebesleben von Zwillinge vom 27. bis 28. April, bitte. Liebesleben von Zwillinge vom 27. bis 28. April, Zwillinge, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Kanals. Schauen wir mal, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? König der Stäbe, die Sonne. Ende, 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 Ende Gelände, Ende mit naiven Gedanken, Ende mit schönen Wörtern per SMS, zu Ende mit Liebe ohne Verantwortung. Das sind Kinder. Kinder darf man keine Verantwortung geben. Kinder tragen keine Verantwortung. Das ist zu Ende. Diese Liebe ohne Verantwortung ist fertig, Naivität ist vorbei und auch dieses ständige Tagträumen ist auch vorbei. Die Weltkarte, letzte Karte. Ab jetzt sollen es zwei Erwachsene sein, die Kinder haben. Nicht Kinder sind, sondern Kinder haben. Zwei Erwachsene, glücklich. Die wollen hier, Zwillinge, in deine Richtung kommen und dafür sorgen, dass alles gut wird zwischen euch. Die wollen hier einen Neustart mit dir. Die wollen hier einen Neustart mit dir. Und ich sehe hier Kinderwunsch. Für die, die es möglich ist, für die, die es wollen. Hier sehe ich sehr starken Kinderwunsch. Da Kinder, da Kinder, Sechsterkelche Kinder. Oder Neustart. Dieser Mensch hat es darauf abgesehen, es mit dir zu ermöglichen, Zwillinge. Neun der Schwerter. Page der Kelche. König der Münzen und der Gehengte. Menschen müssen manchmal nicht darüber reklamieren, warum ihr Leben so verläuft, wie sie verläuft. Wie es verläuft. Ja, es ist, na, manche Menschen müssen mir einfach nicht kommen und sagen, ach, ich wünschte, ich hätte dies getan. Ach, ich wünschte, ich hätte jenes getan. Sorry, aber eine solch krasse Absicht hier. Und ihr habt jetzt gesehen, wie deutlich die anderen Karten waren. So starke Karten hier. Und was macht dieser Mensch? Nachdenken. Weiterhin darüber nachdenken. Ob man hier bereit dazu ist, auch Verpflichtungen einzugehen für das hier. Ob man hier bereit dazu ist, Ressourcen zu geben. Zwillinge, das ist ein Mensch, der durchaus was zu geben hat. Das ist ein König der Münzen. Nur, das ist jemand, der seine Ressourcen, die seine Ressourcen sehr vorsichtig zuteilt. Und auch bei dir ist dieser Mensch sehr vorsichtig. Diese Situation zwischen euch beiden hat zu nichts als schlaflosen Nächten geführt. Gedanken, die einen durchstechen. Die Angst, dass der andere, die andere jemand anderen hat. Das ist gegenseitig. Zwillinge, du tust hier genau das Richtige, indem du sagst, weißt du was, ich halte mir meine Optionen frei und flirt. Du flirtest Zwillinge. Du lässt dich hier nicht festhalten von diesem Menschen. Die denken hier weiterhin darüber nach, ob sie sich verpflichten wollen, können, sollen. Leute, wenn ihr in ein Restaurant geht, wo es leckeres Essen gibt, dann gibt es Rechte und Pflichten. Wenn ihr eine geile Wohnung mietet, dann habt ihr als Mieter Rechte und Pflichten. Wenn ihr in die Ferien geht, Strandurlaub bucht, dann habt ihr als Urlauber Rechte und Pflichten. Das Recht hier auf das große Glück, das Recht hier auf ein Kind kommt mit Pflichten daher. Ist nichts gratis auf dieser Welt. Okay? Zwillinge, die werden hier noch nachdenken darüber, was sie bereit dazu sind, hier an Pflichten zu übernehmen für diese Rechte, die sie hier haben wollen. Sogar die Grundrechte eines Staates, auch da, Rechten, Rechte und Pflichten. Auch da, für jeden Bürger gibt es Rechte und Pflichten. Man muss sich zivil verhalten, um auch Zivilrechte zu genießen. Im Gefängnis eingesperrt sein, das kann doch nicht rechtens sein. Doch ist es, wenn du ein Verbrechen begangen hast, wenn du dich nicht an deine Pflichten gehalten hast, dann gelten die Rechte nicht mehr. Willkommen auf der Welt. Auf der Erdkugel. Krebs. Liebesleben von Krebs vom 27. bis 28. April, bitte. Krebs, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Profils. Was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Der Ritter der Stäbe. Der zeigt sich heute zum ersten Mal. Ritter der Stäbe. Dieser Mensch macht momentan ungewöhnlich, nicht viel Sport, sondern mehr Sport wie gewohnt. Ja, die bewegen sich momentan mehr wie gewohnt. Ich habe hier der Stern, sechs der Stäbe. Ritter der Münzen hier, acht der Münzen hier. Okay, zehn der Münzen. Dieser Mensch möchte erst auf dich zukommen. Also, ich korrigiere. Dieser Mensch wollte bisher erst auf dich zukommen, wenn sie dir das ganze Paket anbieten können. Die sind hier stehen geblieben in der Vergangenheit und haben hier an den Umständen, die sie dir bieten können, gearbeitet. Dabei war es gar nie so, dass dieser Mensch es nicht imstande war, dir das alles zu geben, sondern sich einfach nie für dich entscheiden konnte. Zwei der Münzen dazwischen. Stets war etwas anderes wichtiger wie du. Und ich hatte gerade bei Zwillinge, ihr könnt euch das gerne mal anschauen, bei Zwillinge geht es auch genau um das, um Rechte und Pflichten. Das hier sind die Verpflichtungen, die dieser Mensch dir einfach nicht geben möchte. Die sind hier bereit dazu, an der Verbindung zu arbeiten. Ja, aber sie geben dir nicht das ganze Paket, nicht das, was sie anderen geben. Nicht das, was sie anderen geben. Aber wenn es um Bum-Bum geht, Bum-Bum, Befruchtung, dann wollen sie dich haben. Das hier ist ein sexy Ritter, der hat Leidenschaft und hier bist du, Krebs. Dieser Mensch träumt davon, mit dir zusammen zu sein. Dieser Mensch träumt von deinem Körper. Und vor allem hat dieser Mensch auch das Gefühl, dass du sehr weit entfernt bist mittlerweile. Da scheint Distanz zwischen euch zu herrschen. Auch der Ritter hier ist in Bewegung. Die wollen dich auf jeden Fall zurückerobern. Mit viel Leidenschaft. Aber nichts zu essen. Ist Leidenschaft Krebs. Wer ist satt davon? Ein wichtiger Hinweis an gewisse hier. Dieser Mensch plant hier ganz konkret eine Befruchtung. Hier habe ich einen Menschen, der es hoch hat. Und das hier ist dann die erfolgreiche Befruchtung hier. Als Warnung bzw. Vorab-Info. Page der Kelche, Kraft, Fünfter Schwerter und Gerechtigkeit. Krebs, du sagst regelrecht, oh Gott, oh Natur, gib mir Kraft, um mit diesem Menschen fertig zu werden. Du hast hier das Ewigkeitszeichen auf deinem Kopf und du versuchst hier stets dem Thema Herr zu sein. Wir haben hier die Herrscherin. Du versuchst hier stets dich zu beherrschen, das Thema zu beherrschen. Und wenn dieser Mensch auf dich zukommen sollte, Krebs, dann wirst du definitiv diese Leidenschaft nicht als etwas Essbares sehen. Du wirst diesen Raubtier hier sehr schnell beruhigen. Jojo, bist du scharf auf mich? Jojo, gib mir erstmal das ganze Paket, wirst du sagen. Die Dame auf der Kraftkarte ist die Herrscherin, das ist die Königin aller Königine. Du willst das ganze Paket, Krebs. Und wenn die hier versuchen, dich mit leidenschaftlichen Messages etc. etc. irgendwie umzustimmen, vergiss es. Vergiss es. Du findest das ganz süß. Du findest das ganz süß. Das Ego deines Gegenübers ist angekratzt, aber die wollen hier auf jeden Fall eine Chance mit dir haben. Die generelle Energie zwischen euch beiden ist Page der Kelche. Ich glaube, dass du höflich freundlich bist diesem Menschen gegenüber. Und von Seiten Herzensdame, Herzensmann steht diese Karte für wiedergutmachende Gesten. Also es gibt hier etwas, wofür sie sich noch entschuldigen müssen, bevor sie hier die weiteren Schritte noch einführen. Okay? Sie wollen aber eine zweite Chance mit dir. Hier nehmen sie diese zwei Schwerter hier mit. Es sind diese zwei der Münzen hier gewesen, die dieser Mensch immer noch nicht entschieden hatte. Diese Entscheidung steht diesem Menschen noch bevor. Okay? Löwe. Löwe, Löwe, Löwe. Hoppala. Komm, komm, komm. Brava. Löwe vom 27. bis 28. April. Liebesleben von Löwe vom 27. bis 28. April, bitte. Löwe, Löwe, Löwe. Löwe, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teilen meines Profils. Du, Löwe, die Karten fühlen sich ungewöhnlich hart an. Schauen wir mal. Ich habe hier drei der Münzen, zehn der Kelche, neun der Stäbe, fünf der Kelche, drei der Schwerter. Autsch! Königin der Schwerter. Du, hast du diesem Menschen den Vogel gezeigt, Löwe? Du hast hier diese Ver-P-I-S-S-Attitude, Ver-P-I-S-S-Dich-Attitude, diese Hau-Ab-Attitude-Einstellung und dein Herzensmann, deine Herzensdame trauert hier, weil sie hier sich betrogen fühlen. Drei der Kelche hier, die umgeworfen sind, drei der Schwerter, der Schmerz dazu. Und diese zwei Kelche hier, die sieht dieser Mensch nicht momentan. Die trauern, die möchten hier eigentlich gerne mit dir reden, die Verbindung aufbauen, die Verbindung wieder stabilisieren, haben aber einerseits Angst, dass du nicht mehr an ihn interessiert bist. Wir haben hier neun der Stäbe, das Dreifache von drei hier. Einerseits hat dieser Mensch Angst, dass du hier überhaupt nicht an ihr, an sie, an ihr, an ihm interessiert bist. Dass du bei einem anderen Menschen mit drei der Münzen unterwegs bist. Drei, 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 überall. Das ist das eine. Und andererseits hat dieser Mensch Angst vor dem großen Glück. Ja, tja. Also dieser Mensch hat einerseits Angst davor, dass du das nicht realisieren möchtest. Andererseits hat dieser Mensch Angst davor, dass das hier realisiert werden könnte. Typische Verlustängste hier. Je besser etwas ist, desto mehr hat man zu verlieren, oder? Vierter Schwerter, Sechster Münzen, Ast der Stäbe, Zehn der Schwerter. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ihr seid beide momentan auf Rückzug und überlegt euch, was ihr dem Gegenüber zu sagen hättet, wenn ihr aufeinandertreffen würdet. Was würde ich ihr ihm sagen, wenn wir aufeinandertreffen würden? Du Löwe, du würdest dich hier zuvorkommen zeigen. Drei der Münzen, Sechster Münzen. Du würdest dich zuvorkommen zeigen, aber nicht wirklich engagiert. Warum? Darum. Nein, du bist der hier. Du bist der hier. Du zeigst dich diesem Menschen zuvorkommend, aber nicht wirklich engagiert, weil du hier noch andere Optionen hast. Er, sie möchte hier einen kompletten Neustart mit dir haben, einen frischen Start. Anders wie bisher will dieser Mensch mit dir starten. Was hier passieren wird, ist auf jeden Fall mal, dass ihr beide die Vergangenheit mal zurücklassen werdet. Hier wird zumindest eine Plattform geschaffen, wo es dann für beide möglich sein wird, ein Ass zu zücken. Momentan seid ihr nicht so weit. Ihr seid beide bei vierter Schwerter. Fünfter Schwerter muss jetzt passieren. Ihr müsst beide aneinander geraten, damit mal das, was in euch ist, herausplatzen kann. Soll ich sagen, was herausplatzen wird? Erstens auf Seiten Herzensdame, Herzensmann, wie sehr sie sich das Glück mit dir wünschen, aber auch Angst davor haben, das Glück mit dir zu haben. Und zweitens von deiner Seite, Löwe, dass du eigentlich noch eine andere Option hast, diese andere Option aber noch lange nicht so interessant ist wie dieser Mensch. Ich habe es ausgesprochen. Ich habe es ausgesprochen. Das werdet ihr einander, gegenüber einander aussprechen. Beide werden im Ego verletzt sein. In ihrem Ego verletzt sein. Fünfter Schwerter wird stattfinden. In ihrem Ego werden sie verletzt sein. Warum sie verletzt sein werden, das ist klar. Wenn du sagst, ich habe noch eine andere Option. Du, Löwe, wirst in deinem Ego verletzt sein, weil dieser Mensch hier Dinge aus der Vergangenheit auf dich projizieren wird. Dieser Mann hatte es mit schlechten Menschen zu tun. Diese Frau hatte es mit schlechten Menschen in der Vergangenheit zu tun. Und das, was dieser Mensch mit diesen anderen dummen, blöden, fiesen Menschen erlebt hat, projiziert dieser Mensch auf dich. Und das verletzt dich. Das verletzt dich, weil du nicht so bist und nie so etwas gezeigt hast. Und sie wiederum sind verletzt, weil du hier ganz offen dann zugeben wirst, dass es hier noch eine andere Option gibt. Ob du zugeben wirst, dass sie interessanter sind oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist dann deine Sache, gell? Die Jungfrau, Liebesleben von Jungfrau vom 27. bis 28. April. Jungfrau, 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 Jungfrau. Oh, da ist eine Karte rausgefallen. Ich lasse das hier oben als generelle Energie. Jetzt brauche ich ein Schluck Wasser trinken. So, Jungfrau. Falls dir mein Ziel gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf ein Like und natürlich auch über das Teil meines Profils, an die, die jetzt dazu gestoßen sind. Diese Karte ist vorher beim Mischen rausgefallen. Wir wissen nicht, was hier drunter ist. Ich habe es jetzt als generelle Energie genommen. Ich glaube, das ist schon mal bei einer deiner Legungen passiert, dass hier einfach eine Karte rausgefallen ist und am Ende was ausgesagt hat. Egal, kommen wir zum Thema. Was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Die hohe Priesterin, der Eremit. Sechster Schwerter, sehr, sehr, sehr zurückhaltend, sehr geheimnisvoll. Ich habe hier der Hierophant, der Wagen, Mäßigkeit. Okay, ach, der Keiche. Jungfrau, ich würde diesen Menschen momentan in Ruhe lassen. Die machen hier eine unglaubliche Transformation im Inneren durch. Da gibt es irgendein Leiden, das dieser Mensch hat. Aus Schmerz entsteht Wachstum. Das ist einfach so. Man kann nicht zweimal wegen dem Gleichen traurig sein. Also klar, man kann schon, aber wenn man einen Krieg erlebt hat, dann erlebt man den zweiten nicht mehr als so traumatisch wie den ersten Krieg. Man kennt es schon. Guckt euch die Rentner an, die so easy umgehen mit diesem Thema hier. Fünfter Kelche. Drei der Schwerter. Hier haben wir diese drei umgeworfene Kelche. Dieser Mensch hat hier einen Schmerz aus einer Dreierkonstellation heraus. Das muss nicht eine Drittperson sein. Das kann auch eine Drittsache sein. Es ließ diesen Menschen eine Wahrheit erkennen. Eine Wahrheit. Und ich habe hier Acht der Kelche und Mäßigkeit. Dieser Mensch fragt sich momentan, ob sie am richtigen Ort sind oder nicht. Ob sie da, wo sie sind, die Liebe finden können oder nicht. Ob die Liebe, die da ist, sie erfüllt oder nicht. Und das Interessante ist, obwohl hier etwas geschehen ist in der Vergangenheit, macht sich dieser Mensch diese Gedanken ganz unabhängig von dem, was hier vorher passiert ist. Es hat irgendwas in diesem Menschen aufgeweckt. Hier erreicht man ein höheres Bewusstsein und erkennt, ich möchte spirituell an eine höhere Stelle. Ich möchte etwas in Bezug auf die Liebe verstehen, sagt dieser Mensch. Ich will hier Fortbewegung in meinem Verständnis für die Liebe. In Bezug auf die Liebe. Sehr, sehr nachdenklich abgewendet. Also ich sehe hier bei einigen, dass hier sich jemand ganz konkret abgewendet hat. Wir haben hier die hohe Priesterin, der Eremit. Beide sehr geheimnisvolle Karten. Sechster Schwerter, dieses Ich lasse mich in Ruhe. Davor fand fünfter Schwerter statt. Man ist aneinander geraten. Das ist deine Karte hier, Jungfrau. Ritter der Schwerter. Achter Münzen. Achter Schwerter. Du, die werden hier weiterhin an dieser Stelle stecken bleiben. Okay, du musst diesen Menschen momentan in Ruhe lassen. Du musst diesen Menschen momentan in Ruhe lassen. Die machen hier, nach einer Transformation machen sie eine Phase durch, wo sie ganz einfach in Ruhe gelassen werden müssen. Ich habe hier Achter Münzen. Achter Münzen, der will in Ruhe gelassen werden. Achter Schwerter, die will eh gar nichts wissen. Lasst mich in Ruhe, sagt die. Achter Kecher haben wir gesehen. Der ist abgewendet. Achter Stäbe ist eine sehr spirituelle Karte. Die findet vor allem innerlich statt. Ist die einzige Karte, die keine anatomischen Körperteile hat. Also die keine Körperteile drauf hat. Achter Stäbe besteht nur aus Stäben. Das sind keine Körper da. Keine Hände, nichts. Das ist eine sehr spirituelle Karte. Dieser Mensch muss im Moment in Ruhe gelassen werden, Jungfrau. Du bist da nicht wirklich gewillt dazu. Du musst aber. Und du kannst dir vorstellen, dass dieser Ritter, der Schwerter nicht gerade dabei ist, etwas Korrektes zu tun, oder? Sehr fehleranfällig. Sehr fehleranfällig und bereut auch später sehr oft etwas. Deswegen Füße stillhalten, Jungfrau. Und diesen Menschen im Moment in Ruhe lassen. Drei der Stäbe. Schau mal. Es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Das ist nicht zwei der Stäbe. Das ist drei der Stäbe. Das hier ist nicht, es könnte alles gut werden. Das hier ist, es wird alles gut. Okay? Todo bien. Todo bien. Mach dich hier gefasst auf einen Neustart zwischen euch beiden. Ich habe hier die drei Achterkarten sind hier sehr präsent bei deinem Gegenüber. Dass dieser Mensch dann die Verbindung auf eine andere Art und Weise fortführen möchte. Darauf musst du dich gefasst machen. Okay? So, Aster Münzen, Aster Stäbe, Aster Kelche, Aster Schwerter, Rezept, Rezept. Okay? Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.